hallöchen und herzlich willkommen hier auf sky defense und so und co bei scanlers battlecast mit tinkerbell im rohr ja ich spiele jetzt mit der story weiter und zwar habe ich mich entschieden dass ich jetzt mit dem luftreich anfangen bis ich sagt weitermache ja ok ist keiner online ja noch mal der hinweis steht unten in der beschreibung ihr könnt mich natürlich ändern und das kelly fans versteckt 60 33 aber wie sagt steht in der video beschreibung dann ja das sieht man ja soll ich sind auch eine beschreibung so wir müssen tagesdrehe das will ich noch machen so in den laden kann ich auch noch welche abholen die ich auch noch schnell abholen bevor wir da loslegen ich hätte gerne mal zu einem pack wieder gekriegt aber da ich gerade so münzarm bin passt das auch so ok ja das haben wir ja ein drachen tauchen schlage einen gegnerischen charakter für 80 schaden gibt ihm zu bis zu deiner nächsten runde minus 80 kraft für spyro stein starre dessen aufstieg und wieder ein aufstieg schild der elemente ok alles da sind wir damit fertig und dann gehen wir mal ab in die story so das luftreich das wartet schon sehnsüchtig so heutige vorhersage chumpys ja sehr schön eine insel weniger wir sind auf ein weiteres chumpi rudel gestoßen sie dürfen sich nicht gegen dich zusammentun das werden wir schon versuchen zu verhindern erzgelände halten plus 10 kraft und luftgelände halten plus max 30 maximale gesundheit ja ich habe extra deck zusammengestellt mit zwei luffis drinnen und einem erzgelände so dann legen wir mal los hier heutige vorhersage chumpys ja genau alles klar so dann werden wir mal deck mal auswählen hier so wo habe ich das das wird wohl hier ganz hinten alles klar so alles loppi so mal gucken was wir hier reißen können so den chumpys zeigen können wo der frische locken hat ich bin dann ja ok 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 was haben wir fügen im sitze minus 20 schaden zu was hatten wir hier elementar haben die plus 30 maximale gesundheit ja alles klar ok dann legen wir mal hier los und wechseln mal wir auch noch so ok wer lassen können meine ist ja minus und plus 20 ja alles klar alles klar ok jetzt als mittlere jeden gegner für 40 plus 20 kraft ja es für 40 ok die kann ich nicht nehmen warum auch immer so ja aber die andere war nicht hier die ist auch für jet weg die ist für jet weg du hast doch was dumm da dran jo das merke ich auch gerade ok dann wechsel ich mal kurz kurz wir sind aufs meschen so dann ist der wenigstens gleich mal weg genau dann machen wir einfach mal so runde ende würde ich mal vorschlagen so haben wir das schon mal weg gebügelt das passt doch ja genau deswegen wurde jetzt machte zauber karten das ist müsste mich aber jetzt ja ja quatsch mal so viel luftstab füge einem zu vielen gegner zehn schaden zu ja gut ja 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 hier noch mal ja ok sieht gut aus das war jetzt keine absicht ähm keiner was passiert ist ähm das wollte ich gar nicht nee eigentlich nicht so ähm melde mich zum dienst jo sehr schön machen wir mal weiter hier so der hat noch 30 dann haben wir noch den zauberbox nur ich noch vor uns auch folge minus 30 sag mal mächtig übelst so warte mal so neu formieren zerschmettern wir es mhm für die aktiven gegner ja das machen wir mal ja das machen wir mal ne kriege einen rang aufstieg nein leider nicht ja jetzt kriege ich jetzt rang drei witzig ok ich will den endlich weg haben aber mit null kristallen ist mir auch nicht weiter geholfen ok was haben wir hier warte mal 90 das reicht doch noch das reicht mir doch ja na genau na deswegen doch so was haben angegriffen habe ich ja schon so kann ich jetzt nichts weiter machen na doch hier was kann ich auch noch machen hier so minus 30 dann äh ja sehr schick feierabend ein sturm zieht auf ich kann ja nicht mehr angreifen also von der warte mhm so dann machen wir uns dann in der nächsten runde platt dann passt das schon ja die plus 10 kraft die nützen ja auch nicht mehr viel so so das reicht doch schon so dann machen wir mit 120 mal angreifen ne so das genau so sieht es aus das war sehr stürmisch ja mit drei sternen so wie sie es gehört 20 mission bonus so ja ich habe ja wieder quest zu erledigen für ursache 3000 schaden war das oh ja schlage 5 gegner ko na 3 habe ich schon erledigt passt jo ich bin wieder da ähm ja die platte war gerade ein bisschen voll vom aufnahmenprogramm ähm ja das kann passieren so ich wollte jetzt weitermachen die mission war ja abgeschlossen das war ja auch noch drauf habe ich gerade alles kontrolliert jetzt wollen wir weitermachen mit dem luftkraft angriffe und zwar was der schilder bedingungen ähm gibt dem aktiven gegner plus 10 kraft luftkraft angriff ja der wind scheint hier in die falsche richtung zu wehen wir müssen versuchen sie ruhig gestellt zu halten okay dann wollen wir das mal versuchen so ich nehme natürlich wieder mein zusammengestelltes deck hier mit jet stormy und smashy so alles klar dann wollen wir loslegen ne so okay alles drei zauberknöchen oh ja ich krieg gleich eh und es macht ziemlich am anfang jo okay machen kann ich äh ja doch ich kann hier schon mal mit 40 schocken das ist auch mal schon mal nicht schlecht so und dann ist er schon mal runter auf 50 ist doch gar nicht mal so unübel würde ich mal sagen mhm so jo wir machen mal ohne ende soll ich mir plus naja ich wollte gerade sagen plus 2 nicht plus 1 jo ist klar dass er uns noch einen schrecken holt schau dir einen charakter ein okay ich weiß nicht was du davon hast aber gut musst du ja wissen Kollege Schweißfuß hm ich hole jeden gegner für 30 denn das nehme ich auch dai ich muß da kann ich mit der anderen attacke noch warten dann kriegst du den anderen dann auch ein bisschen mit schaden aff äh wieder der So, mehr habe ich nicht, also muss ich Runde Ende machen. Wieder plus eins. Meine Güte, geizig, geizig, geizig. Die zwei Karten. Okay, erst das Leben wieder was. Jetzt müssen wir jetzt eine Karte haben, wo ich einen Nebengegner angreifen kann. Ah, drei Energie, das ist doch absoluter Müll. So, okay, beginnen wir kurz mal aufsetzen. Was soll das? Was soll denn das? Ich kann die Karte nicht spielen. Ja, die kann ich nicht spielen. Ich kann die Karte nicht spielen. Ich denke, Hauptgegner mit 70 oder weniger gesündet K.O. Ja, geht nicht, weil der Hauptgegner nicht vorne steht. Zumindest der weniger als 70 hat oder 70. So, jetzt würde es gehen, aber ich habe leider keine zwei Kristalle mehr. Ja, das wird es vielleicht auch nicht. Dadurch kriege ich den jetzt auch nicht zerschmettert. Ich habe doch nichts mehr. Die tauschen nur gleich sowieso wieder. Aber wenn die nicht so viel Gesundheit erlangen, dann müsste ich es hinziehen. Die kriegen sowieso nur bis 10. Den müsste ich es jetzt gleich schaffen. Na, aber hallo. So, nehme ich die erstmal hier. Ich weiß jetzt, dann siehst du. Jetzt geht die auch Karte auf. Und tschüss. So ist das. So, was machen wir mit dir? Kollege Schweißfuß. Den tauschen brauche ich jetzt nicht. Moment, dann kriegen wir für 50 Schaden. Ja, das ist gut. Das ist auch gut. Gut, dann wechseln wir mal kurz. Das reicht mir nicht schon. Okay, ich dachte, man macht den K.O., aber leider nicht. Okay, dann. Dauert es noch ein klein wenig. Dann passt es aber schon. So, wir müssen jetzt Runde Ende machen. So, 0. Ja, ist klar. Ich habe gesagt, es wird noch kärtiger. 4,60 Schaden. Jo. Gar nicht mal ohne. Mein Smashhead ist auch schon ganz schön angegriffen. Aber, äh. Für sich ist sowieso schon jedes Sündchen geschlagen. Ja, ich mache das nur noch Symbol. Das hat da jetzt eh jetzt keinen Sinn mehr. Ja. Mich hält nichts auf. Krank 3. Ja. Gerade bis zum Schluss. Naja, drei Sterne sind drei Sterne. So. Missionsbonus. Dann müsste ich die Quiz jetzt ja auch erledigt. Hier mit K.O. So, da bin ich auch 50 Münzen. So, 1060 Schaden habe ich jetzt auch schon gemacht. Okay. Hau den Buzzerbeak. Und die nächste Mission kommen denn im nächsten Part. Also, schaltet es wieder rein. Also, bis dahin, sagt euer Tinkerbell. Ciao, ciao. 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 Ciao.